Hallo, ich bin Matthias, einer der Gründer und CEO von Jimdo. Eine der Fragen, die euch am meisten beschäftigt ist, was kann ich jetzt eigentlich genau beim Finanzamt machen und was gibt es denn eigentlich für Förderprogramme, soweit denn dazu eigentlich schon was bekannt ist. Und glücklicherweise konnte ich da heute eine sehr gute Interviewpartnerin finden, Frau Bujarski. Herzlich willkommen. Ja, schönen guten Tag. Ja, mein Name ist Maria Bujarski, ich bin Steuerberaterin in Berlin und trete hier oder beantworte, sagen wir mal, die Fragen im Rahmen des Öffentlichkeitsausschusses des Berliner Steuerberaterverbandes, dessen Mitglied ich bin. Ich kann ja noch ein paar Ausführungen sagen. Sie hatten ja schon angesprochen gehabt, was muss ich jetzt gegenüber dem Finanzamt machen. Ja, da kam ja gestern ein Schreiben, das veröffentlicht worden ist vom Bund, wo die Finanzämter aufgefordert werden, besonders großzügig jetzt im Rahmen der Corona-Krise zu sein, in Bezug auf Steuerstundung, Vollstreckungsschutz und eben halt Anpassung der Vorauszahlung. Da muss ich so vorstellen, jeder, der mit dem Finanzamt zu tun hat, schon laufend, der weiß, wie schwierig das ist, mal eine Stunde bewilligt zu bekommen oder eben halt auch Vollstreckungsschutz. Das geht schon gar nicht, wenn es sich um Umsatzsteuer hält. All das soll jetzt ganz einfach gehen. Man soll keine großartigen Anträge mehr stellen. Es ist sogar schon so, dass in manchen Bundesländern ein einfaches Formblatt ausweist. Ich will das mal kurz hier zeigen. Zum Beispiel die Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen, die macht hier so ein Antragsformular, was man sich aus dem Internet holen kann, wo man einfach ankreuzt, ich beantrage Zinslose Stundung oder die Herabsetzung der Vorauszahlungen. Darf ich ganz kurz schon was dazu fragen? Kann man einfach dieses Formular von Nordrhein-Westfalen nehmen und das in jedem Bundesland einfach einreichen oder ist das speziell für Nordrhein-Westfalen? Ja, das wird eben halt von jedem Bundesland zum Bundesland unterschiedlich bewertet. Also ich sage mal, Praktika-Lösung ist, ich nehme es einfach, streiche es durch, schreibe es in Berlin rein, das ist gut. Ich muss natürlich auch, ich kann ganz normal auch meinen Steuerberater natürlich mal auftragen, einen formlosen Antrag zu stellen, so wie auch immer. Er bezieht sich dann eben halt auf die Corona-Krise und wichtig ist hier auch nochmal, dass Sie wirklich sagen, dass Sie zu den gefährdeten Branchen gehören. Also direkt betroffen von den Schließungen, dann steht da eigentlich keine große Hürde, dass das auch bewilligt wird. Wichtig ist mir hier nochmal zu sagen, bislang war ja die Steuerstunde insbesondere für einbehaltene Steuern, Umsatzsteuer, Lohnsteuer, Kapital-Traschsteuer, so gut wie gar nicht möglich. Hier wird jetzt explizit auch auf die Umsatzsteuer hingewiesen, dass auch die gestundet werden soll und zumindest Berlin hat schon verlauten lassen, die Lohnsteuer kann in Ausnahmefällen sogar auch gestundet werden. Wahnsinn. Es ist ja schön zu sehen, dass da auch die Finanzämter Flexibilität zeigen und auch wirklich versuchen, offensichtlich zu helfen, wo sie können. Ich habe noch eine Nachfrage dazu, die direkt von Corona betroffenen Branchen, welche sind denn das? Wo finde ich denn die? Oder was kann ich mir darunter vorstellen? Also hier in diesem Papier steht nichts konkret dazu. Grundsätzlich betroffen sind natürlich alle die, die mit Publikumsverkehr zu tun haben und deswegen schließen müssen, also zum Beispiel Handel oder eben halt auch Therapeuten, die mit den Menschen zu tun haben, etc. Vielleicht ein kleiner Hinweis, es ist ja auch noch heute beschlossen worden, Soforthilfen auszubezahlen. Ja, wird hier in Berlin, wird direkt beschrieben, Soforthilfen sind eben halt Kleinstunternehmen besonders betroffen, sind hier insbesondere aus den Bereichen Gesundheit, Nachstellung, Handel, Dienstleistung, Jugend, Bildung, Kreativwirtschaft, Kultur, soziales Sport und Tourismus. Vielleicht kann man sich darunter daraus vorstellen. Was auf jeden Fall dazusteht, ist natürlich Gastronomie, die eingeschränkt ist, der Einzelhandel ist eingeschränkt, sowas in der Richtung. Okay, wahrscheinlich, also findest du noch? Also schon vielleicht ganz kurz, was nicht darunter fallen wird, sind eben halt solche Branchen, vielleicht stellen wir vor, zum Beispiel ein Architekt, der eben halt auch im Homeoffice arbeiten kann und seine Aufträge jetzt mal in Ruhe abarbeiten kann, der wird natürlich nicht direkt betroffen sein. Oder er müsste es eben plausibel darlegen, dass er davon betroffen ist. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Könnte es auch so sein, dass das Finanzamt dann quasi sich die Begründung einzeln anschaut und dann dementsprechend entscheidet? Also wenn es nicht ausdrücklich plausibel erscheint, dann werden die natürlich nachfragen. Wobei man auch Rücksicht nehmen muss, also auch die Finanzverwaltung ist natürlich auch Corona geschädigt. Ob das jetzt alles so schnell geht, ist die zweite Frage. Aber es soll auch Vollstreckungsschutz gewährt werden. Das ist also die dritte Säule, neben Stundung und eben halt Anpassung der Vorauszahlung. Es soll ja auch Vollstreckungsschutz der, den direkt Betroffenen gewährt werden. Das heißt, hier werden Wahrscheinlichkeiten, bis zum Jahresende keine Verstreckungsmaßnahmen durchgeführt werden. Wichtig ist mir auch noch ein paar Stunden, um zu sagen, die soll zinslos erfolgen. Oder Sie wissen es vielleicht nicht, aber es ist so, dass die Finanzverwaltung ja immer noch sechs Prozent Zinsen verlangt. Also in heutigen Verhältnissen völlig illusorisch, aber das soll zinslos erfolgen. Und Säumes- und Verspätungszuschläge sollen auch erlassen werden können. Alles klar. Und das waren jetzt, was Sie jetzt alles erzählt haben, und das ging hauptsächlich für Stundungen, richtig? Oder auch Vorauszahlungen? Vorauszahlungen kann ich anpassen lassen. Also wenn Vorauszahlungsbeträge schon jetzt nicht bezahlt werden konnten, dann kann man sie sich natürlich stunden lassen. Die zweite Sache ist die, hier ist erst mal überhaupt nicht zu Vorauszahlungen kommen zu lassen. Das heißt, also ich werde natürlich in diesem Jahr wahrscheinlich keine Gewinne machen. Wenn Vorauszahlungen bislang festgesetzt sind, sollte man sich die anpassen lassen und anpassen lassen auf Null festsetzen. Und zwar ab der nächsten Vorauszahlung, das wäre jetzt für die Ertragsteuer, Einkommenssteuer und Körperschaftssteuer, wäre das zum 10.06. Die Gewerbesteuer wird noch mal zum 15.05. fällig. Bei der Gewerbesteuer der Hinweis, da muss der Messbetrag auf Null angepasst werden. Aber sowas, wie gesagt, weiß der Steuerberater, der macht dann den Antrag fertig. Und auch Praktikalösungen, ich würde erst mal, wenn das gerade eben halt bei Einzelkämpfern, die jetzt wirklich von Null stehen, lassen sie die erst mal auf Null festsetzen, anpassen. Und wenn die ganze Krise eben halt schneller abgewickelt werden kann als gedacht, dann kann man jederzeit auch wieder zum Finanzamt gehen, das ist man auch verpflichtet, die Höhe wieder anpassen zu lassen. Also wieder dann zum 10.09. Vorauszahlung zu beantragen. Verstanden. Und wenn ich jetzt dieses Schreiben beim Finanzamt einreiche, wie mache ich das am besten? Per E-Mail, per Fax oder eben über den Steuerberater? Oder was empfehlen Sie da? Also der Steuerberater ist mir total klar, der macht das dann ja für einen. Aber ansonsten per E-Mail. Ja, also normalerweise, Sie können das Formus machen. Entweder man kann gucken, ob es eben halt in den nächsten Tagen tatsächlich eben halt auch Formulare in eigenem Bundesland gibt. Ich gehe mal davon aus, dass die Bundesländer untereinander die Anträge auch voneinander abkupfern werden. Also es wird demnächst auch wahrscheinlich was veröffentlicht werden. Ansonsten kann ich ganz normal ein Schreiben hinschreiben. Ich schulde zurzeit eben halt die, die Steuern. Und ich bitte eben halt um zinslose Stundung. Kann mir vielleicht jetzt gar keine, entweder ich kann jetzt gar keine Raten zahlen oder ich kann sagen, naja, ich weiß nicht, in kleinen Beträgen kann ich das demnächst abbezahlen. Oder bitte Stunden bis zum Jahresende und im nächsten Jahr muss es dann bezahlt werden. Anpassungsanträge genauso. Ich bitte um Anpassung der Vorauszahlung ab dem zweiten Quartal, Einkommenssteuer, Körperschaftsteuer beziehungsweise um Herabsetzung des Messbetrages für die Vorauszahlung für die Gewerbesteuer ab dem zweiten Quartal. Okay. Aber wahrscheinlich höre ich ja nicht so kurzfristig vom Finanzamt zurück, richtig? Die sind ja wahrscheinlich auch ziemlich überlastet. Vermute ich mal, ja. Aber dann greift ja wieder eben halt der Vollstreckungsschutz. Also ich gehe mal, ich gehe davon aus, dass ein Anpassungsantrag für die Vorauszahlung, dass man die auf Null festsetzt, die nächsten Fälligkeiten sind ja noch ein bisschen hin. Ich habe gesagt, die nächste Fälligkeit ist Gewerbesteuer, ja, 15.05. Das wird funktionieren, glaube ich schon. Bei den Stundungsanträgen kann es sein, dass tatsächlich das nicht so schnell bearbeitet wird. Aber ich gehe davon aus, dass die Vollziehungsbeamten, also der Vollstreckungsschutz auch leicht gewährt wird, dass da wirklich genau geguckt wird, ob ich jetzt eben halt den Vollzieher losschicke oder nicht. Also so, dass es hoffentlich in der Praxis nicht zu uns Problemen kommt. Okay, super. Dann, nächster Bereich waren die Fördermöglichkeiten, wo ja bisher, soweit ich weiß, einmal das große KfW-Programm benannt wurde oder ins Leben gerufen wurde mit den 25 Milliarden. Allerdings KfW-Programm über Hausbank, wo unsere Einschätzung ist, und das ist auch das Feedback von unseren Kunden, was wir die ganze Zeit hören, das ist eigentlich nicht wirklich relevant für die Solo-Selbstständigen und Kleinstunternehmen. Und das, worauf wir jetzt eigentlich warten, ist ja das Zuschuss- beziehungsweise Darlehen-Programm, was gestern zumindest bei Spiegel Online schon erwähnt wurde, wo es dann ja wahrscheinlich um eine Zusammensetzung aus Zuschüssen und Darlehen genau für diese Zielgruppe geht. Ist Ihnen darüber schon weiter was bekannt? Ja, nein, man lebt ja immer so mit dem Internet. Es kommt immer, wie jeden Tag kommt irgendwie was Neues. Das ist ganz furchtbar. Aber ich versuche das mal so ein bisschen zusammenzufassen. Also meine Erkenntnisse daraus, also es gibt ja zwei Soforthilfeprogramme, ein Soforthilfeprogramm 1, das hatten Sie schon erwähnt, das sind diese ERP-Kredite. Und jeder Existenzgründer, der mal so ERP-Kredit beantragt hat, über seine Hausbank, der weiß, die Hausbanken machen das nicht gern, weil die tragen Risiko und verdienen nichts da dran. Also können Sie es gleich beiseite tun. Dann gibt es jetzt das Soforthilfeprogramm 2. Da habe ich zwei Bundesländer gefunden, die sich schon konkret damit auseinandergesetzt haben. Natürlich die Bayern. Die Bayern sind immer vorneweg. Die haben tatsächlich auch schon ein Antragsformular ins Netz gestellt, wo die einzelnen Kriterien, die einzelnen Kriterien auch abgefragt werden. Wichtig hierbei ist, dass man auch konkret betroffen sein muss. Die Bayern gewähren Kredite ab 5.000 Euro. D-Mark ab 5.000 Euro. Und das staffelt sich dann, je nachdem, wie viele Mitarbeiter man hat. In Berlin habe ich gelesen, die haben zwar beschlossen, dass es so etwas geben wird, aber da wird es wahrscheinlich bei 5.000 Euro auch bleiben. Und in Berlin wird auch noch explizit darauf hingewiesen, bitte noch keine Anträge stellen. Wir sind noch nicht so weit. Die werden rechtzeitig ins Netz gestellt. Also Bayern hat einen Antrag. Da vielleicht zwei Punkte wollte ich ansprechen. Wenn man also einen Antrag ausfällt, worüber man stoßen könnte, das ist, da muss man bestätigen, dass man kein Unternehmen im Sinne von Ranziffer 20 A bis C, der Leitlinie für staatliche Beihilfen, Rettung, Umstruktur, Blablabla ist, das sind insolvenzgefährdete Firmen. Also nie, die so viel zu breiten sind, die kriegen es natürlich. Außer, die breite kommt durch die Corona-Krise. Und die zweite Sache ist hier, ich erkläre, dass ich mit meinem Unternehmen nicht ein Unternehmen, achso, Entschuldigung, ich versichere, dass ich den Minimis-Rahmen, in Klammer 200.000 Euro in drei Jahren, nicht überschreite. Das sind, also das hat den Hintergrund, dass die EU darüber, also Förderung, wenn ein Unternehmen mit mehr gefördert wird, den genehmigen muss. Also muss ich drunter bleiben, damit wir nicht erst mal die EU-Zustimmung einholen müssen. Aber ich glaube, die Unternehmen, für die Sie stehen, die haben niemals staatliche Hilfs über 200.000 Euro bekommen. Nee, das ist sehr unwahrscheinlich. Das glaube ich auch. das muss man sich anfreuzen und dann ist das gut. Aber wie gesagt, die Anträge müssen wir mal schauen, wie die ins Internet gestellt werden. Ja, okay. Hamburg, kann ich sagen, hat auch gestern was, hat gestern schon, da gab es eine Pressemitteilung zu, dass in Hamburg auch was kommt, aber die Details werden auch noch festgelegt. Es scheint so, dass das auch koordiniert wird mit dem Bundesprogramm, wo ja wahrscheinlich sehr kurzfristig dann hoffentlich neue Neuigkeiten dazu kommen und dann hoffentlich auch wirklich richtige, effektive Hilfe für die Solo-Selbstständigen und Kleinstunternehmen. Ja, ja. Also wir sind das gut. Haben Sie noch irgendwas, was wir noch vergessen haben, was Sie denken, was noch wichtig sein könnte? Ich meine, ich habe jetzt alles gesagt. Wenn ich dann trotzdem noch was vergessen habe, dann würde ich das so entschuldigen, aber das liegt eben halt an der Zeit. Es ist alles so schnell. Alles klar. Dann ganz herzlichen Dank, Fubiowski, dass ich die Zeit genommen habe. Ich weiß, das ist eine unglaublich anstrengende Zeit für uns alle, aber es ist schön, diese Solidarität unter so vielen Menschen zu spüren, die einfach wirklich hilfsbereit sind. Alles Gute für Sie und bleiben Sie gesund. Ja, bleiben Sie gesund und bleiben Sie zu Hause. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020